Waaaah! Kruselig! Waaaah! Waaaah! Check This Out! Wir leiden euch an einen neuen Let's Play. Das mit Play heißt ja natürlich. Hey, Tyts. Man sieht es hier oben. Wir lieben nicht mehr als mein True. Wir lieben uns in den neuen True. Ich weiß es mein True. Ok, wir als mein True. Hier geht erstmal ein Singleplayer und ich mach gleich ein Texture Pack reinziehen mit Charmina Croft, das hab ich mal zum Test reinziehen, aber es hat nicht ganz schlecht. Okay, wir nehmen erstmal das Frax Tour und das Frax Texture Pack. Oh, das kommt nicht zu dauern. Oh, man... Jetzt kommt einer zu eins. So. Okay, jetzt kommt ein Teil. 10 Gepläher und hier spart man das Geld. Wir nennen natürlich Let's Play Exit. Die Lab gibt es am Ende, also an der letzten Folge oder der letzten vollfügsten Map zum Download. Da können wir stattdrauf spielen, finden wir Muke-Tools. Für den Muke, das erzähle ich euch noch in einem anderen Video. Das sind diese, ja, Neckorite oder wie immer heißen wir, diese Meteoriden-Beschwörer. Das sind die Mutes. Okay. Uff, das dauert. Jedes Mal die Aufnahme, die Aufnahme, die Dauert, die Dauert, die Aufnahme, die Aufnahme, die Dauert. Okay, das dauert, das dauert. 5, 4, 3, 2, 1, okay, gleich für das Schmeichler. Ja. 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 Ah, okay, jetzt geht's los. 5, 2, 1, let's go. Oh. 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 Okay. Spreading spawned. Wir sind hier in Alphini spawned. Und aus Turms. Oh. Okay, wir fangen erstmal an. Und wenn wir uns erstmal kurz so im Meet-Field. Ja. Das hatte ich mal nie gehabt im Hexler. Das hab ich mal nie gehabt. Hattet mal. Ähm. Will ich mir mal ein paar Tipps geben, warum das vielleicht manchmal wirklich oder warum es jetzt nicht einfach wirklich ist? Und das vielleicht auch. Wartet mal. Ähm. Oh. 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 Tt. W- Also, okay. Warum es r없et? Keine Ahnung. Aber es ist ja auch nicht die Schlinge. Hier fallen diese Falle, die fällen erstmal in den Baum. Ich gucke mir jetzt selber schon, was ich sag eigentlich? Ich bin ein Burschtacher. Das sind irgendeine kleine Kinderdinger. Ich glaube, die Bambods. Okay. Machen wir jetzt mal was. Barrikade? Das ist irgendeine Barrikade. Keine Ahnung. Okay, erstmal Options. Ähm. Äh. 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 Dann machen wir jetzt erstmal ein paar. Eins, zwei, drei, vier, sechs. Ähm. Ja. Zack. Und zwar. Das Best of oder das, ähm ja. Abospecial wird ja auch erstmal dazu. Da kommt erstmal am Anfang ein bisschen Musik. Danach kommt ein bisschen Abospecial von den ersten zwei, drei Folgen. Dann kommt noch irgendwas anderes dazu. Dann kommt auch noch, keine Ahnung. Äh. Äh. Die Spawn in the Chamber kommt auch noch dazu. Und ich glaub noch vieles, 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 vieles mehr. Ja. Okay, wir machen jetzt erstmal ein... Ah, so. Okay. Ich brauch mal den noch alles. Ach, ne Schaufel brauchen wir. Okay. Zack. Okay, das reicht. Okay, ich kann nur sagen, wir sterben hier am Anfang. Ich mach mal deutschland. Scoreboard. Scoreboard. Objektives. Add. Die Tote. Deathcounter. Z-Display. Ähm. Sidebar. Okay. Mist. Und Tote. An Sidebar kommt auch noch die Tone. Ich weiß ja, wieviel Mal ich jetzt sterbe, aber ich kann es nicht locheraschen. Ich höre das in der Hälfte. Ja, ich höre das. Okay, es kann ein bisschen dauern. Ich weiß, die erste Folge ist langweilig, aber nach den nächsten Folgen ist es viel spannender. Da kommen auch mal Gäste hinzu. Ich weiß, es gibt auch Gäste, die immer so Ewigkeiten spielen. Ehe, der sich... Ja. Ne. Ah, ihr müsst mal wissen. Eine Folge ist ja bei den Hül-Volgen. Da ist euch doch aufgefallen, dass Ponk und jemand alles gewusst hat, ne? Ja, ne. Nein! Schaf, 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 schaf. Okay, dann machen wir uns erstmal hier einen Rumpumpf. Zack, 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 und bam. Und dann gehen wir erstmal schön hier hoch und bauen uns erstmal schöne Eisen ab. Weil Eisen sind erstmal für uns sehr wichtig. Und dann hab ich überhaupt einen Monster an. Kommt das meistens aus, oder? Nee, komm, anmachen, anmachen. Machen wir erstmal easy. Und desto besser wir werden, desto mehr Schwierigkeitsgrad scheiße brauchen wir. Ach, wie ich jetzt irgendwie auf Tab gedrückt hatte, dann kam das. Ich weiß nicht, wie es irgendwie bezählt hat, nur mal, dass er ein 16er-seitbar hat. Aber schalte ich- In die Kommentare. Geil! Ja, wie geil, wie geil! Boah, noch mehr! Alter, das Paradies! Ich erinnere mich auf das Paradies. Ich hab schon mal ein Eisen. So, zack. Boah, wird einem direkt verrückt in... Keine Ahnung. Okay, ähm... Oh Gott. Okay. Oh, aber ein Diamant. Ich geh direkt da hoch. Ich geh direkt da hoch. Also... Nicht wundern, dass ich jetzt irgendwie Lebensmüde bin. Ich bin egal, Lebensmüde. Egal, ob ich jetzt Diamanten sehe. Ich bin egal, ob ich da sterbe, aber bin ich da berastig aus. Cool. Dislikes. Ja, Dislikes. Okay. Boah, nächstes Diamant. Ich geh jetzt schon einen Diamond-Chines-Bot machen. Machen wir doch immer damit. Ich mach mir direkt erstmal den Ofen. Cool. Warum? Aber ich find schon irgendwie geil, dass man irgendwie schon direkt am Anfang irgendwelche Diamantensäcke aber dann wird das Spiel halt auch langweiliger, wenn die's versteht, weil ich gerade rede. Versteht ihr nicht? Okay. Boah. 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 So geil. Boah. Ich mag ähm... Wie sieht Kimbomben oder was da drin aus. Weil jetzt heißt es doch nicht der Kimbombe und jetzt heißt es irgendwie anders. So jetzt heißt es wahrscheinlich Kimbomben oder sowas. Und von der Redstone auch, ich brauche später früher, ob sie vegan wirken. Damit ich dann hier später mit einem Bullshit verzaubern kann. Ich verstehe doch nie was. Ihr versteht doch nie was. Nie im Leben. Oh, jetzt brauche ich jetzt mal meine Höhle rein. Denn ich habe jetzt so eine Höhle gebraucht. Das wird erstmal für meinen Anfang, den Stechsein, die Wohnung. Wie auch immer. Ach, funktioniert nicht. Wie! Danke an die Höhle rein. Wie funktioniert nicht. Oh... Wie! Mäh! Oder? Ja, es funktioniert. Es funktioniert halt nicht. Schreibt mal in die Kommentare, ob alles liegt. Schreibt es mal rein, bitte. Und apropos, Luke Meinman, den kennt ihr wahrscheinlich nicht. Also manche halt nicht. Halt vielleicht nur die irgendwie, ich kann einen Skypark, bestimmt. Zum Beispiel die Anton, 18, 19. Und du, die kennen wahrscheinlich schon Luke Meinman. Oder Tim Leon, der war ja erst mit dabei. Bei ihm könnt ihr auch mal vorbeischauen. Es ist ein klasse Typ. Es ist einfach ein krank Typ. Manchmal auch nicht. Manchmal aber auch doch. So. Ähm. Ich nehme mal die Steinspitze mit. Wo mehr hat man am besten also nicht. Okay, dann gehen wir doch jetzt mal auf Freise, dass man das eigene Spiel kann. Ja, ich muss wieder mit. Ich bin ja nicht mehr. Ich bin ja nicht mehr. Ich bin ja nicht mehr zu sicher, was es jetzt alles hier irgendwie gibt. Ach, ja. Ach, ja. Ach, ja. Ach, nee. Ach, nee. Au. Huiii. So... Das ist Lava. Und jetzt viel Gold, viel anderes kack, mystisches Ding. Und jetzt gehen wir erstmal hier hoch, hier hoch, hier hoch. Da habe ich auch was gesehen. Da habe ich fast was gesehen, da habe ich fast was gesehen. Da will ich jetzt hin, da will ich jetzt hin, da will ich jetzt hin, da will ich jetzt hin. Wiederholt mich wieder. Wiederhol mich. Oh, geil. Ja, so viel Glück musst du ja auch mal haben. Oh, der Cheater, Juni. Oh, Alter, ich bin ein Cheater. Was bin ich denn sonst? Ein Cheater. Oh, oh, oh. Vielleicht bin ich auch ein Cheater. Das ist ein Cheater. Alter. Eißen muss ich. Das eißen jetzt mal mit. Eißen mitnehmen, Eißen mitnehmen. Eißen kommt zum Dostum mitnehmen. Ich will euch mal was aus dem Buch vor. Äh, warte mal. Kann grad nix sehen, weil's fast dunkel ist. Gamestar. Das Gamestar dieser Wald. Bei einem neuen Action-Spiel des Jahres. Und dann wird es sehen. Ich will den Quincy Ward. Schwarz wissen, kommt ja auch was es ist. Das kam 2009 raus. Ist... Ist ein Call of Duty-Spiel. Ich wüsste es ja nicht. Ich geh jetzt mal mit dem Turm hier rollen. Ich bin nicht wieder einsam. Ey, in dem Turm gibt's ein Einsam. Ich auch nicht. Ach, da doch. Jetzt kommt der Turm. Das ist ein paar andere Sachen. Wir haben ja noch niemanden durch. Ja, warum bist du der Turm? Ja, es ist für mich der Turm. Ja, der Turm. Ja, der Turm ist um es um es um es zu tun. Also ich brauche jetzt einfach mal die Eisentür auf zur größten Sicherheit. Mama! Ich hab Angst. Das ist das, was ich jetzt habe. Und hier ist wieder... Ich fülle einen Spider-Hop-Shot! Ja! Waaah! Alter! Alter! Mama, ich hab Angst! Ich wette mit euch, ich sterbe jetzt! Ich hab Angst! 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 Ohne Witz! Ich hab Angst! 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 Mann ist das laut.